Aufgabe, vereinfache diesen Term. Erst probieren, dann auf die Lösung schauen. Ich schaue mir zuerst die Vorzeichen an. Minus mal Minus ist Plus, fällt weg. Ich habe keinen Plus mehr. Dann habe ich an der Stelle sein Mal. Das kann ich ganz normal hinschreiben. Ist gleich, geschweifte Klammer auf, 1 halb b, also mal, mal, mal 4 mal b. Dividiert durch 2, das ist mit dem Kehrbruch multiplizieren. Also 2 Drittel dividiert durch 1 halb ist ja 2 Drittel mal 2 Eintel Kehrbruch. Und das mache ich jetzt hier genauso. Mal 2 Eintel, also einfach mal 2. Ist gleich, b mal b ist b Quadrat. Und hier, b mal b gibt b Quadrat. Dann 1 halb mal 4 ist 2. 2 mal 2 ist 4. Ja, mehr ist es nicht. Ende.